Wir wissen, Zeitwirtschaft ist nicht unbedingt aufregend, also machen wir sie nicht komplizierter, als sie sein muss. Nur so komplex, dass sie Ihr Unternehmen in allen Einzelheiten abbilden kann. Mit der neuen 6040. Zeit. Die intuitive Bedienung, das Responsive Design und verständliche Funktionen machen Ihnen und Ihren Mitarbeitern den Zugang zu unserer Software so einfach wie möglich. Ihre Startseite, das sogenannte Dashboard, lässt sich frei nach Ihren Wünschen konfigurieren. Favoriten ablegen, Informationen anzeigen, nur die für Sie relevanten natürlich, alles mit einem Klick erledigt. Behalten Sie jederzeit den Überblick. Salden, Urlaubstage, Arbeitszeit, alles wird in Echtzeit errechnet und angezeigt. Interflex 6040. Zeit. So geht einfach.